Sprintest du? Nein, ich spreche nicht. Ich loote ihn. Irgendwas sprintet. Ohne Pro. Bei dir? Von dir? Weg von dir? Ich bin noch nicht bei mir drin. Hey G-Boy. Ist das? Jep. Du gehst bei mir rein. Hey g-Fragman. Ah, G-Fragman. Ah, G-Fragman. Ich kill ihn. Er zeigt an wie ein Baby zu schreien, Alter. Äh, 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 ah, ah, ah. Tschüss, schaff dich. Ah, und ich das nachgemacht habe, wurde ich beschossen. Hab ich gehört. da steht gut in deinem haus wenn die sagen ja jetzt der toll wie er steht in meinem haus er wollte gerade die tür bei dir aufmachen warum schießt du mich denn an was denn los mit dir was machst du an meinem haus ja ich spring da immer rüber jedes mal wenn wir die will spiel spring ich von meinem in deinem haus leiche links rechts schwäche ist an am start auf jeden fall hier das finde ich echt verantworten du gehst in den raum rein nach links dann hast du vergessen ob du nach links oder rechts also so ein schlechtes 3d gefühl denken habe ich nicht ich jetzt ein geschoss übrigens dass das war ein schlüsselplan ausarbeiten dass wir halt dass jeder die schlüssel von dem anderen bekommen ja es ist komplett zu müssen irgendwas auf jones der war unter mir und hat durch das ich bin gerade an dem loch vorbeigegangen und auf einmal wird mir ein der war noch dem Äh, was ist laut? Oh nein ey. Oh, absolut kein, du. Auch nicht. Du wirst auf den Shirt? Jep. Fuck. Mein Name ist Schwarz. Kannst du sagen von wo? Ich hör nichts. Nein, die Schüsse schlagen ein, ich kann dir nichts sagen von wo. Ich lebe, ne? Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, ich hab gerade so ein bisschen gepanigt. Weißt du hier ein Painkeller rein? Und dann peak ich nochmal. Dann krieg ich den Kopf. Ich werde geschlossen jetzt. Bin grad auf dem Heimel. Die Schüsse gehen auf mich. Ich wurde grad gehittet mehrmals. Das ist zwei Leute, weil in dem Moment gehen auch Schüsse auf mich. Es kommt auf jeden Fall aus Richtung Ost. Also, ja, Ost. Okay. Weg vom Tunnel, weg vom Tunnel, 100% Weil ich stehe offen nach West. Ich stehe offen noch für... Ja, ich auch und da wurde ich beschossen. Ich stehe... Da stand gerade offen für West und wurde beschossen. Wer hat wieder beschossen? Ich bin richtig im Arsch. Wie, wie... Ein Hit hat er gemacht, laut dem fucking Hitmarker. Stomach, Right Arm, Left Leg, Schwarz. Ja, bei mir auch. Ich hab einen Hit abgekriegt und mein Arm ist direkt weg. Aber bei mir sind vier Sachen mit einem Hit schwarz geworden. Das ist bestimmt irgendwo im Wald. Ich seh ihn. Bei wo? Ich hab ihn erwischt. Er ist bestimmt tot. Er hat nen Headshot kassiert. Ist noch ein Stück weiter gelaufen und umgefallen. Er war oben auf dem Berg im Wald. Ah, ich seh es. Ja, ja, ja. Siehst du... Ist da ein Toter? Ich seh die Leiche, ich seh die Leiche. Ja. Okay. Okay, er ist tot. Nice. Oh mein Gott, bin ich im Arsch. Kein Stomach mehr. Kein Bein mehr. Kein Arm mehr. Ready to get out of here or what? Ja. Es sind vielleicht zwei, wie gesagt. Weil du wirst beschossen, während ich beschossen wurde. Ja, 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 ja. Ich hörs. Ich bin im Container drin. Okay, ja. Auf dem Boot. Also nicht sterben, aber vielleicht kannst du noch Schüsse ziehen. Ja. Ich glaub, er ist fest. Er ist Ost. Wunderbar. Er ist vor mir hier. Er ist genau da, wo die Leiche ist. Quasi. Gerade mehrmals. Ich schieb... was? Ich schieb gerade. Er schießt aber nicht mehr. Nee, er schießt nicht mehr. Ich suche ihn gerade. Bewegst du dich gerade? Ja. Er muss irgendwo liegen. Wurde mehrmals gehütet. Ich glaub, ich hab auf ihn geschossen. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Hab ihn. Nice. Ich glaub. Direkt vor meiner Tür ist ein Held. Das geht einfach, oder? Oh, dann war der das. What the fuck just happened? Ich weiß nicht. Er schreit noch mal anderer. Der fand das nicht witzig. Er schreit noch mal anderer. Der fand das nicht witzig. Komm jetzt. Der. Der schreit auch nur. Bitte. Alter Alter. Wie? Du bist noch der Schreit. Geh, ich. Ich fand ihn. Bei mir stand er noch. Aber ich wäre auch ready to go duell. Und da war ich frei. Bei mir. Scaf Spieler. Nein. Die sind schon vorbei, oder? Ähm. Ich bin tot. Huh, ok. Sie haben mich getötet. Kein Spiel dabei so weit. außer er redet die ganze zeit was das kerf habe ich gerade einfach komplett niedergemäht ich war tot und als zweiter mensch habe ich ihm gedealt mit fort und fast mit fort und fast hat er mich getuschtet mit seiner shotgun warst du in der nähe vom gang gang oder warst du noch weit weg da war ein raum 216 ich habe keine ahnung ich habe gerade getuschtet mit einer shotgun ich hatte mein player ohne pro er hat geredet auf jeden fall da war gerade ein gear player nicht weil er schossen hat ich würde auch behaupten die damage kann er nicht machen aber ich würde auch behaupten dass teilweise bugs in dem spiel sind es waren die ganze zeit f1 gespammt als er gegen mich gefaltet hat weil er die gesamte zeit geredet ohne bachse was ein troll was ist happening ein skeff lebt noch wahrscheinlich leben noch zwei skeffs oder ich habe mehrere als dass der pmc der schießt der pmc hat auf die pmc geschossen der tracer wurde im silencer alle skeffs sind tot ich sehe ihn er ist hinter der tanke gerade er looted gerade einen skeff ich kann ich sehe ihn und wenn ich ranzoome ist ein fucking holzstapel vor ihm er ist unter dem braunen unterstand hinter der tankstelle ja kann ich nicht sehen ja kann ich ich könnte ihn jetzt töten aber kann ich nicht weil wenn ich ranzoome ist da eine kiste ja wie gesagt warte einfach ähm wenn er den skeff da looted dann würde er auch den skeff da draußen looten der skeff backpack er ist glaube ich jetzt hinten reingegangen ich glaube er ist jetzt hinten in die tankstelle reingegangen pretty sure vielleicht kannst du ja vorne ran campen mach ich keine er ist gerade rausgesteppt er rennt draußen er läuft zum skeff vielleicht habe ich ihn zuerst ich sehe ihn ja er liegt ok willst du schießen ja go 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 Untertitelung des ZDF, 2020